Hi Leute, was geht? Heute machen wir den Härtetest für das Nexus 5 und zwar werden wir einfach einige Sachen damit machen, mit dem Auto drüber fahren etc. und schauen wann es kaputt geht. Let's go! So Leute, es kann ja mal öfters passieren, dass wenn man betrunken ist, das Handy runterfällt, auf die Straße, ein Auto drüber fährt. Also probieren wir das doch direkt mal aus, einfach mit dem Auto übers Handy fahren. Let's go! Also, wie man hier sieht, offensichtlich der Bildschirm ist noch komplett gut, nichts passiert, lediglich die Rückseite hat hier einige Schrammen, einige Macken, die Kamera ist auch etwas kaputt, aber trotzdem alles in allem hat sich das Handy gut gehalten. Also, es kann immer sein, dass man eine schlechte Nachricht bekommt und dann aggressiv wird, wegen irgendwas Aggressionen hat und dann muss man natürlich auch testen, ist das Handy auch stoßfest, wenn man es auf den Boden schmeißt? Let's go! Also, man sieht hier, hat sich kaum was verändert auf der Rückseite. Die Vorderseite ist schon etwas in Mitleidenschaft gezogen. Also, das Handy ist nichts für aggressive Leute. Der Bildschirm ist nicht mehr funktionsfähig, allerdings geht das Handy noch an, wenn man hier drauf drückt, vibriert es noch. Also, müsste man eigentlich nur den Bildschirm ersetzen. Da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. So Leute, damit das Handy endlich ganz kaputt geht, hau ich da jetzt einen Nagel durch, aber ihr wisst Bescheid, Safety first. Deshalb erstmal eine Schutzbrille. Jetzt kommt es immer näher ran. So, wie ihr seht, ihr solltet euer Handy lieber nicht mit dem Bilderrahmen verwechseln. Der Nagel ist einfach durchgegangen und jetzt hängt das Handy halt am Baum. Also, hier nochmal das Ganze von hinten. Sieht ja schon sehr gut aus. Das Plastik hat sich ein bisschen verbogen, sag ich jetzt mal. Also, wir zünden jetzt noch das Handy an. Wir haben hier ein ganz gutes Haarspray und ein Feuerzeug. Probieren wir es einfach mal aus. Das brennt jetzt einfach nicht. So Leute, wie man hier gesehen hat, als Kaminholz eignet sich das Handy nicht. Fängt nicht wirklich an zu brennen. Es hat nur ein bisschen, ja, ist ein bisschen weiß geworden. Äh, das Weiße ist auch irgendwie hart. Finde ich ekelhaft. Aber das Handy funktioniert auch nicht mehr. Also, alles in allem, der Härtetest, naja. Das Handy war nicht super, aber hat lang genug durchgehalten. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert. Also, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr Zerstörung-Videos sehen wollt. Und ich geh mir jetzt erstmal ein neues Handy kaufen. What the fuck? Also, wenn ihr dann schlussendlich nicht mehr wisst, was ihr mit eurem Handy machen sollt, könnt ihr das natürlich hier als Spiegel benutzen, ne? Praktisch. wiederweder. Durch Nacht! 벌st du mal wiederbild?